Drittes Kapitel. Berichtet, wie Oliver Twist dicht daran war, eine Stellung zu bekommen, die keine Sinecure gewesen wäre. Oliver blieb eine Woche lang in einer dunklen, einsamen Kammer eingesperrt. Er weinte den ganzen Tag über bitterlich. Wenn dann die lange, traurige Nacht kam, legte er seine Händchen auf die Augen, um nicht ins Dunkel starren zu müssen, kroch in eine Ecke und versuchte zu schlafen. Alle Augenblicke aber fuhr er aus dem Schlaf auf und drückte sich dann dichter an die Mauer, als ob er sich selbst in ihrer kalten, harten Fläche einen Schutz gegen die ihn umgebende Finsternis verspreche. Nun begab es sich, dass eines Morgens der Schornsteinfegermeister Gemfield die Landstraße entlang zog. Er dachte darüber nach, wie er gewisse Mietrückstände, um die ihn sein Hauswirt ziemlich energisch gemahnt hatte, bezahlen sollte. Er wusste nicht, wie er die ihm fehlenden fünf Pfund herbeischaffen könnte, und martete damit bald sein Gehirn, bald den Kopf seines Esels. Da fiel ihm plötzlich der Anschlag ins Auge, als er beim Armenhaus vorbeikam. »Halt«, sagte der Meister zu dem Esel, doch dieser, ebenfalls in tiefes Sinn versunken, trabte ohne auf den Befüll seines Herrn zu achten, ruhig weiter. Gemfield fluchte wie ein Heide und versetzte dem Esel einen Schlag auf den Kopf, dass dieser halb betäubt war und stillstand. Dann begann der Meister aufmerksam den Anschlag zu lesen. Der Herr mit der weißen Weste stand, die Hände auf dem Rücken am Tore. Er hatte dem kleinen Streit zwischen Gemfield und seinem Esel gespannt zugeschaut und lächelte gut gelaunt. Gemfield lächelte gleichfalls, als er das Schriftstück durchgelesen hatte, denn fünf Pfund waren gerade die Summe, die er brauchte. Was die Beigabe des Jungen anbelangt, so wusste der Meister, der die Armenhauskost kannte, dass es sich nur um ein ziemlich schmächtiges Menschenexemplar handeln könnte. Er buchstabierte also den Anschlag nochmals von Anfang bis zu Ende durch und redete dann den Herrn mit der weißen Weste an, dem er gleichzeitig grüßend die Hand an seine Pelzmütze legte. Diesen Jungen hier will also die Gemeinde als Lehrling vergeben. Ja, lieber Freund, erwiderte der Herr mit der weißen Weste leutselig. Warum? Wenn die Gemeinde ihn ein leichtes, angenehmes Handwerk lernen lassen will, so möchte ich mein Schornsteinfegergeschäft empfehlen, entgegnete der Meister. Ich brauche einen Lehrling und bin bereit, ihn zu nehmen. Kommen Sie rein, sagte der Mann mit der weißen Weste. Gamfield folgte diesem in das Sitzungszimmer und trug Herrn Limbkins seinen Wunsch vor. Es ist ein schmutziges Handwerk. Man hat auch erlebt, dass Jungen in den Schornsteinen erstickt sind, meinte Limbkins. Dies kommt daher, versetzte Gamfield, dass man das Stroh anfeuchtete, ehe man es im Kamin anzündete, um die Jungen herunterzuholen. Es gab nur Rauch, aber kein Feuer. Rauch hat aber keinen Zweck, denn er veranlasst einen Jungen nicht runterzukommen, er macht ihn nur schläfrig. Und das ist es ja gerade, was solch ein Bursche will. Jungen sind faul und widerspenstig, meine Herren, und ein schönes, heißes Feuer das Beste, um sie im Galopp herunterzubringen. Es ist auch ein humanes Mittel, meine Herren, denn wenn einer im Schornstein stecken bleibt und sich die Füße verbrennt, dann tut er schon alles Mögliche, um sich aus dieser Lage zu befreien. Die Vorstandsmitglieder berieten sich nach einigen Minuten, dann verkündete Herr Limbkins, wir haben Ihren Vorschlag überlegt, können aber nicht drauf eingehen. Ganz und gar nicht, sagte der Herr mit der weißen Weste. Entschieden nicht, fügten die anderen Vorstandsmitglieder hinzu. So soll ich ihn also nicht haben, meine Herren, fragte Gempfield. Nein, antwortete Herr Limbkins, oder Sie müssten mit einer kleineren Summe zufrieden sein, da es doch ein schmutziges Handwerk ist. Was wollen Sie geben, meine Herren? Seien Sie nicht zu hart gegen einen armen Mann. Nun, ich meine, drei Pfund und zehn Schillinge wären genug, sagte Herr Limbkins. Schon zehn Schilling zu viel, bemerkte der Herr mit der weißen Weste. Also sagen wir vier Pfund, meine Herren, versetzte Gempfield. Und Sie sind den Jungen für immer los, vier Pfund, das ist anständig. Drei Pfund und zehn Schillinge, wiederholte Herr Limbkins unbeugsam. Wir wollen die Differenz teilen, meine Herren, drei Pfund und fünfzehn Schillinge also. Nicht einen Penny mehr, lautete die feste Antwort Herrn Limbkins. Sie sind mächtig hart zu mir, sagte Gempfield kleinlaut. Unsinn, sagte der Herr mit der weißen Weste. Es wäre ein feines Geschäft, auch ohne jeden Zuschuss. Greifen Sie zu, Mann. Es ist gerade der richtige Junge für Sie. Ab und zu hat er den Rohrstock nötig, und sein Essen braucht auch nicht üppig zu sein, denn er ist von seiner Geburt an nie überfüttert worden. Der Handel wurde also geschlossen. Und Bumble bekam den Auftrag, Oliver Twist noch am selben Nachmittag vor den Friedensrichter zu führen, um seinen Lehrbrief genehmigen und unterzeichnen zu lassen. Der kleine Oliver wurde daher zu seinem großen Erstaunen aus der Haft entlassen und erhielt den Befehl, ein reines Hemd anzuziehen. Er hatte kaum diese ungewohnte gymnastische Übung beendet, als ihm Herr Bumble eigenhändig einen Napf voll Haferschleim und das sonntägliche Stück Brot brachte. Bei diesem Anblick fing Oliver kläglich an zu weinen, denn er dachte nichts anderes, als dass die Behörde ihn zu irgendeinem nützlichen Zwecke schlachten lassen wollte, da sie ihn sonst wohl kaum in dieser Weise mästen würde. Weine dir nicht die Augen rot, Oliver, sondern iss und sei dankbar, sagte Herr Bumble würdevoll. Du sollst Lehrling werden, Oliver. Lehrling, Herr? rief der Junge zuttern. Jawohl, Oliver. Die guten Herren, die an dir Elternstelle vertreten haben, wollen dich in die Lehre geben, damit du später im Leben vorwärts kommst und ein tüchtiger Kerl wirst. Das kostet der Gemeinde drei Pfund und zehn Schillinge. Denke mal, Oliver. Drei Pfund, zehn Schillinge. Siebzig Schillinge. Hundertfierzig Sixpens. Und all das für einen ungezogenen Waisenjungen, den keiner leiden kann. Als Herr Bumble innehielt, um Atem zu schöpfen, rannen dem armen Oliver nur so die Tränen über die Backen und er schluchzte bitterlich. Weine nicht, sagte Herr Bumble, der von der Wirkung seiner Beretsamkeit sehr befriedigt war. Wisch dir die Tränen mit dem Ärmel ab und lass sie nicht in die Suppe fallen. Das ist hörecht. Das stimmte, denn in der Suppe war ohnehin schon Wasser genug. Auf dem Wege zum Friedensrichter belehrte Herr Bumble seinen kleinen Begleiter, dass er dort weiter nichts zu tun habe, als recht glücklich auszusehen. Wenn ihn dann der Herr frage, ob er in die Lehre gehen wolle, so müsse er sagen, furchtbar gern. Oliver versprach zu gehorchen, umso mehr, als Herr Bumble die zarte Andeutung fallen ließ, er könne nicht sagen, was man ihm antun würde, wenn er nicht diesen seinen Unterweisungen getraulich nachkäme. Als sie an Ort und Stelle eintrafen, wurde Oliver in ein kleines Zimmer gebracht und von Herrn Bumble ermahnt, dort so lange zu verweilen, bis er ihn holen würde. An klopfenden Herzens wartete der Junge bereits eine halbe Stunde, als endlich Herr Bumble seinen Kopf, der jetzt der Zierde des dreieckigen Hutes entbehrte, durch die Tür steckte und laut sagte, »Nun, liebes Kind, komm zu dem Herrn!« Dabei warf er Oliver einen drohenden Blick zu und flüsterte ihm zu, »Denke dran, was ich dir sagte, Bengel!« Oliver sah bei diesem sich widersprechenden Ton der Anreden unschuldig zu Herrn Bumble auf. Dieser führte ihn sogleich an ein anstoßendes Zimmer, dessen Tür offen stand. Hinter einem Pult saßen dort zwei alte Herren mit gebuderten Perücken. Der andere studierte mit Hilfe einer Schildpadbrille ein kleines vor ihm liegendes Pergament. Herr Limbkind stand vorn an einer Seite des Pultes und Meister Gamfield mit teilweise gewaschenem Gesicht auf der anderen. Der alte Herr mit der Brille war über seinem Pergament eingenickt und so entstand eine kurze Pause, nachdem Herr Bumble Oliver vor das Pult geführt hatte. »Das ist der Junge euer Gnaden«, sagte Herr Bumble. Der die Zeitung lesende Herr sah auf und zupfte den anderen alten Herrn am Ärmel, worauf dieser erwachte. »Ach, das ist also der Junge?«, fragte er. »Ja, euer Gnaden«, versetzte Herr Bumble. »Mach dem Herrn Richter eine Verbeugung, Oliver.« Oliver machte seinen schönsten Diener. »Der Junge will also gern Kaminfeger werden«, sagte der Friedensrichter. »Er ist ganz verrückt danach, euer Gnaden«, sagte Bumble. »Er würde davonlaufen, wenn wir ihn zwingen wollten, etwas anderes zu lernen.« »Und dieser Mann da soll sein Meister sein, nicht wahr?« »Sie werden ihn doch gut behandeln und was Essen und die Kleidung anbelangt, nicht Not leiden lassen, versprechen Sie das?« »Wenn ich einmal gesagt habe, ich will, so werde ich es auch tun«, entgegnete Germfield mürrisch. »Ihre Ausdrucksweise ist nicht gerade fein, mein Freund, aber sie scheinen ein offener, ehrlicher Mensch zu sein«, sprach der Richter, den Meister dabei durch seine Brillengläser flüchtig anguckend. »Wäre er nicht halb blind und beinahe schon kindisch gewesen, so hätte ihm die Brutalität in Germfields Gesicht auffallen müssen.« »Ich denke, das zu sein«, entgegnete der Meister mit einem hässlichen Blick. »Daran zweifle ich nicht, mein Freund«, fuhr der alte Herr fort und suchte nach dem Tintenfass. Es war für Olivers Schicksal ein kritischer Augenblick. Hätte das Tintenfass da gestanden, wo es der alte Herr vermutete, so hätte er seine Feder eingetaucht und den Lehrbrief unterzeichnet. Germfield hätte dann Oliver gleich mitgenommen. Aber da es unmittelbar vor seiner Nase stand, so suchte er natürlich vergebens nach ihm auf dem Pulte herum. Er begegnete dabei dem verstörten Blicke Olivers, der trotz aller ermahnenden Winke und Püffe Bumbles, seinen künftigen Lehrherrn, mit Furcht und Schrecken betrachtete. Halb blind, wie er war, fiel es doch dem Friedensrichter auf. Er hielt daher inne, legte die Feder hin und schaute von Oliver zu Herrn Limbkins hinüber. Der unbefangt zu erscheinen versuchte und lächelnd eine Prise nahm. »Mein Junge«, sagte der alte Herr und beugte sich über das Pult. Oliver fuhr bei diesem Tone zusammen, denn er war eine freundliche Anrede nicht gewohnt. »Mein Kind, du siehst blass und verstört aus. Was ist dir? Tretet ein wenig zur Seite, Bumble«, sagte der andere Ratsherr, die Zeitung weglegend. Er sah Oliver teilnahmsvoll an und sprach, »Junge, sag uns, was dir ist. Habe keine Angst.« Oliver fiel auf die Knie und bat mit gefalteten Händen, man möge ihn lieber in die finstere Kammer sperren, ihm nichts zu essen geben, ihn prügeln, ja, totschlagen, nur solle man ihn nicht mit diesem schrecklichen Manne fortschicken. »Nun«, sagte er Bumble, indem er feierlich Augen und Hände gern Himmel hob, »von allen lügnerischen, hinterlistigen Waisenkindern, die mir je vorgekommen sind, bist du der Frechste. Haltet den Mund, Gemeindediener«, sagte der zweite alte Herr, als sich Herr Bumble in dieser Weise Luft gemacht hatte. »Verzeihung, euer Gnaden«, entgegnete Bumble, der seinen Ohren nicht traute, »haben euer Gnaden mich gemeint?« »Jawohl, sie sollen den Mund halten.« Herr Bumble war starr. »Einem Gemeindediener den Mund zu verbieten, das war ja Revolution.« Der Friedensrichter guckte seinen Kollegen bedeutungsvoll an und sagte dann, »Wir versagen dem Lehrbrief für unsere Genehmigung.« Damit schob er das Pergament beiseite. »Ich hoffe«, stattete Herr Limpkins, »Sie werden nicht glauben, dass die Behörde fahrlässig gehandelt hat, noch dazu auf das unhaltbare Zeugnis eines Kindes hin.« »Wir sind nicht berufen, darüber eine Meinung auszusprechen«, versetzte der alte Herr ziemlich scharf. »Nehmen Sie den Jungen wieder mit und behandeln Sie ihn anständig. Er scheint's nötig zu haben.« Am nächsten Morgen wurde Oliver wieder für 5 Pfund ausgeboten.